Servus Conny, möchte mich bei dir sehr herzlich im Namen des FC Bayern bedanken, nicht nur weil du Kapitän der ersten Meistermannschaft für 1932 warst, sondern weil du uns die Pokale während dem Zweiten Weltkrieg vor den Nazis gerettet hast, die sie im Wald vergraben hast. Deshalb können Sie heute hier noch genießen und auch betrachten. Vielen Dank. Ich kann mich natürlich hervorragend erinnern, wenn wir immer im Gedächtnis bleiben. Das spielt der Franz querrät zu mir und ich habe Gott sei Dank wirklich viel nachgedacht. Man schieße ungefähr 25,30 Meter, was du da hast und es hat alles geklappt. Sobald ich mich nicht anspielen, vergiss man nicht eigentlich. Ich kann dich das nicht anspielen, aber es hat alles im Gedächtnis Onze ist 95,30 Meter, was du da, hast du da abgestesdaten. Er ist 37,33 Meter. Danke Ohzig Ja, ich kann mich schon sagen Oh!... Das ist nichts Das war's für heute. 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 Das war's für heute.